Game Day Review Was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Lane, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Ich spiele American Football und bin in Finnland. Und heute haben wir ein Heimspiel. Und wir spielen gegen die Helsinki Wolverines. Die Helsinki Wolverines sind eines der besten Teams in Finnland. Aber das sind wir auch. Deswegen wird es ein interessantes Spiel. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin im Stadion angekommen. Jersey ist da. Mein Platz in der Kabine ist safe. Jetzt lasse ich mich tapen. Dann höre ich meine Musik. Ziehe mich um. Und dann ist auch schon Game Time. Das Coole ist, heute in der Halbzeit-Show, Halbzeitpause, was auch immer, wird im finnischen Fernsehen mein Interview mit Tommy ausgestrahlt. Coole Sachen. Wie das Stadion aussieht, seht ihr jetzt. Perfektes Wetter für Football. Und in Finnland dürfen sogar Fans zu den Spielen kommen. Aber ihr seht hier überall diese roten, also diese rot-weißen Markierungen. Es sind nur 1000 Fans erlaubt. 500 Fans pro Tribüne. Aber immer noch besser, als kein Football zu spielen und ohne Fans zu spielen. Daumen hoch. Daumen hoch Finnland. Wie fühlt ihr? Ich habe die Anklungen gepackt. Ich bin next. Wie fühlt ihr? Ich habe meine Musik auf. So gut. At least du nicht singst. Du hast die Musik auf, du wirst nicht wissen, wie loud du sprachst. Ich weiß. Es ist Game Day, ich habe mich ein bisschen amped. Ich habe dich. Wie viel Geld ist heute? Ich weiß nicht. Als ich das W im Moment nicht sagen möchte, das ist alles, was ich mich interessiert. Oder ein Goose Egg. Das macht mich sehr glücklich. Ich gehe 20 plus heute? Das wäre Spaß. Es wäre ein sehr vieles Tag. So, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. I sagen, wie es ist. Ich sage, dass du einen schönen Tag sagen. Ich bin hierherrönt. Ich bin hierherrönt. Es ist ein Ort. Ich bin hierherrönt. Ich bin hierherrönt. Die Wall-Ups gehen jetzt los. Hier läuft auf jeden Fall ganz komische finnische Musik. Kann ich gar nicht. Hier kommen jetzt Clips vom Spiel und wir sehen uns nach dem Spiel. Peace! Die Wall-Ups kohtaa uusi Rolla Tino Dongo Sit Petersin heitosta ja tämä yhteistyö koskaan jo toistamisen tällä kautta pitkä pankki. Säkätä lähde kulttumäkköjä, siinä olet kulttu. Ja myöskin tämä Tino Dongo ottaa seuraavan Petersin kaaren käsiinsä ja juoksee pallon kanssa tuuletelle jo maalialueella. Steelers on juuri tehnyt iltapäivän kolmannen touchdowninsa. Ja Leina Achenpongilla on muuten kaarin paikata kyllä mielenkiintoinen tilanne. Hän vähän vilkuttelee tuolta omasta stanssistään. Samanaikaisesti Dongo ottaa vaalialueella tämän pallon kiinni. Se on Dongo on iso kolmas DD. Petersille neviä meitetty vaali. Ja Steelers on menossa menojaan. Jokka jokin pienempi, aivan kilpalaiseksi. Peli iloiseksi ja peli hapivasti hamoviksi. Peloiksi kuin samanaikaisesti Dino Dongo! Aivan pienettömän hieno heitto Petersiltä. Ja pienettömän hieno suoritus Dino Dongolta. Petersin viiden teitetty Dongon neljäs kiinniotettu pallo. Sitten hieno heittää se. Hieno heittää maalialueen kulmaan. Ja nyt hän heittää Dushdanet. Ja kuukaus puu se on kuun. Mister Dino Dongo. Hän ei viiden stanssintä on täällä kertomannilleen. Peli on täällä pitää. Peli on sellaista. Peli on pysämisellä pysämisellä pysämisellä. Hei heitetty yhden kartaan Dushanen aikaa. Peli on pysämisen. Hey AJ, what happened here today? Hey, we took care of business today. 70-6, gave up one early, but that defense looking good. That old line leading the way. Hey, I think we're looking pretty dangerous. We better put some respect on our name. Put some respect on the name. Put some respect on my name. You understand me? When y'all say my name, put some respect on it. Put some respect on my name, boy. Hey, good game. Hey, I just want to tell you guys, I love you guys. I hope you watched the game. I hope you guys had fun. And that's it. I love you guys. I love Lane. Hey, they have to subscribe, you know. You have to tell them. Subscribe, like, subscribe, unsubscribe, or resubscribe. I love you. And share it with your friends. Hey! What is this? What you got? Snack fact. Snack fact. It's a snack fact. Are you surprised? Nobody's... What are we getting here? Wait, wait, come on. I'll show you guys later. It's a floatie. It's for the ocean. Okay, here. No, no. I'm just playing. What the fuck are you doing here? What's that? Come on, y'all. I'll check it out. Really? Yeah, it's like a fireplanket. Because you're so on fire, you know that's the fire. Just in case there's a fire, I gotta hit it. It's an insurance company, so... Thank you. Appreciate it. Hey, thank you guys. I don't know if I deserved it, but it was a lot of fun. Fun game. Okay. I have much left. My voice is going away, but thank you guys. That was the game that we've been searching for all these years in the Maple League. We didn't give them any hope at any point. Yeah. And the offense... I mean... Seven points! Seth Peter's ready to come back to the Maple League, man. Hey! Hey! You won, maybe! That's going forward. We don't need 281 yards on 10 carries. We can do other things too. And that's the greatest thing coming away to play from this game. Anybody play there? Anybody? No one. What can I say? It looks like you guys don't need me anymore. It doesn't matter what I'm gonna call. You just make a play. Great job. Yeah, defense. Pick it up tonight. Let's party! Yes sir! Still some three! One, two, three! Stillers! No, no, I'm sorry to break up the party. Jaakko, you want to say something? Yes, stop! I'm gonna... Jaakko is gonna leave us now. We're gonna bring in probably a new guy to replace him on the team. I'm not sure 100% sure yet. But Jaakko is going to London NFL Academy, so we need a new guy for the next two games to be eligible. Yeah, Jaakko loves playing, man! Thank you, Jaakko! Good luck, baby! Hey, break us down, Jaakko! Come in the medal! Come here, bro! Win on three! One, two, three! Win! My guy is going to the NFL! Hey! 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 Social distancing! Don't say the number, bro! Hello! Hi! Hey! Are you staying out? What? Are you staying here? No, I gotta go, man. Five hours. You want to tell your lady hello or something? Hey, shots. I miss you. I'll see you soon. Aw, that's cute. That's kind of cute. That's cute. Bye, shots. What'd he do? What'd he do, baby? How you doing, bro? I'm good. You healthy? I am. Nah, f*** the matchup, bro. F*** this game. Ask me about the game. Where have you been? I wasn't at the game, to be honest. Any last words, Superstar? Six. Six. Okay. Any words on Tommy? Six. Hey, um. Great dude. Great dude. Great dude. Hey, bro. Everybody else keeps on talking. Except these two. I got something to say, though. Just no. On. Hunt. Tommy held me from behind. And I'm a safety. He held me and pushed me in the back and didn't get flagged for it. And he admitted to it. I just wanna put that out there. Tommy. I love you, but god damn. That was cheap. That was cheap. Damn, Tommy. You're a little... Hey, good shit, Tommy though. Yeah, good job, eh. Nah, he did. He came back. Hey, I'm telling you the best part about being in Finland is meeting all these guys. I'm just waiting. Like, right? It's just basically like GFL. It's all stuff. I mean, I'm coming back. GFL part two. GFL. 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 Supposed to be GFL. 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 Game over. Ich bin müde. Ich gehe nach Hause. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Peace. Der F out. Animal rein. Hello and indeed, everybody's all go out is power. I'm a host. You're born in my life. Like, I'm phrase. Like, I'm a host. You're born in my life. Yeah, yeah. There's no link to me.